Ich hab Boos gefunden, aber ich kann ihn nicht töten, Alter. Oha. Warum kannst du Boos nicht töten? Godmode, glaub ich. Oh, und schon fängt's an, weißt du? Die ganze Zeit hat er geredet, es war nix und jetzt... Hast du eine neue Klasse? Preparing? Was macht die? Was kann die? Boah, ich kaufe mir dem nix Neues. Ja, bitte. Warum ist die ganze Zeit die Maus in der Mitte beim Zocken hier? Tja, muss ich sagen. Also, Mobzy ist schon ziemlich sass, muss ich sagen. Oha, und schon ist Koldi tot. So, das Spiel funktioniert so nicht bei mir. Ah, jemand mit der Shotgun hat jemanden getötet gehabt. Und Zombie da durch den Stamm. Ja, Mann, du hast den Zombie beseitigt? Ja, ich hab einen Zombie gekillt. Jemand mit einer Shot... Hast ein bisschen vorbeigeschossen, ne? Also, jemand hatte gerade eine Shotgun und hat das gemacht. Es war nicht Koldi, zumindest sehr unwahrscheinlich. Und am Pfeifen direkt wieder. Äh, Mobzy? Mobzy, okay. Bist du jetzt tot, ja? Ich muss nochmal rejoinen. Warum? Läuft bei dir nix, oder? Ich kann doch nicht mal auf den Desktop wechseln. Ich hab in der Mitte des Bildes meine Maus. Und ich kann mich nicht bewegen. Ach. Und wenn ich auf die Windows-Taste drücke und ich will unten auf die Sachen in der Taskleiste, dann dreht sich hier meine Küche rum. Nur Probleme macht der Typ, nur Probleme. Nur. Wieso lebe ich wieder? Koldi wurde wiederbelebt, sehr gut. Hast du irgendwas Auffälliges gesehen? Ich? Naja, ist das außer als Jakob war nichts. Und den haben wir, okay, sehr gut. Der war auch der Macher, ja? Der war der Macher, ja. Alles klar. Okay, es müsste noch umlaufen. Ja, gut, kann ja ein Zombie geworden sein. Das war der falsche Knopf, Sarah. Nee, das war schon der richtige. Kann ja nur noch er sein. Achso. Äh, nein, Sarah, ich werde abgeschossen. Ja, was? Wer schießt jetzt weniger? Okay, sie weiß nicht. Hä, hat er sich jetzt bewegt, oder was? Stefan ist ein Asi. Ähm. Stefan ist kein Asi. Und hier piept's. 6K mal im Arsch, weiß ich. 6K mal im Arsch. 6K mal im Arsch. Oh, 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 oh. Wenn du das unbedingt möchtest Oh, scheiße Eine Kugel hat gefehlt Wie hoch war die Chance für Second Chance? Ich hab ziemlich viele Leute getötet Ich hab nicht drauf geachtet Killer, Kai der Killer Killer Kai Ja, mein Tee-Kollege wurde leider Was hab ich denn gemacht? Ich hab nur gesagt, du bist Hass Ach, warst du Tee? Ich? Ich war gar nichts Ich? Ich wollte nicht in dein Team Sorry War ja auch nur kurz Ja, dann hat ihn auch noch sein alter Tee-Kollege gekillt Das hat mich sehr unglücklich gemacht Ich hab noch nicht mal geguckt, wer es ist Dabei darf man ihm Intimität nicht erzwingen Ja Ich mein, mit Mopsy, da würde ich da auch zu sagen, aber Wer ist dieser Tim, von dem du da redest? Weg hier, ich will weg hier Wetterfalle ausgelöst auf mich Ganz schlechtes Timing gewesen Kai war oben auf dem Dach Du bist mir gerade entgegenkommen, du Schwein Kai war auf jeden Fall oben auf dem Dach Nein, also ich hab den Kai oben auf dem Dach gesehen Ich seh dich gleich mal oben auf dem Dach Komm doch Ah, jemand ist tot Das war Jakob Hoffentlich Das war Jakob Ja Wo ist der gestorben jetzt? Auf dem Dach hat er doch gesagt Nee, er ist runter Ich bin hoch, er ist runter Er ist hier runtergefallen Ah, okay, okay Hast du das, weißt du das? Nee, ich bin doch gerade erst wieder Ich war an der, äh, Dings An der, äh, Schildkröte, ne? Ja Okay, jetzt hat er eine Granate da geschmissen Er war denn da oben Auf dem Dach, doch Außer am Kai Ja Die Granate, die, die Mein Dings, die Die, äh, diese Fässer hat auch jemand ausgelöst Von da oben Ja, das war immer noch der Typ Immer noch Mopsi Jetzt wird er aggressiv Nein, der Scheiße Nein Da ist sein Kollege Hast mich der Scheißroboter jetzt Ja, der hast mich scheiße Ich kann ihn leider nicht stoppen Versteck mich in der Kisten, kein Ding Ja, Kai Kiste Soll ich töten? Ups, ich bin tot Hahaha, wie? Er ist gefallen Oh, er ist wirklich gefallen Da oben, Kai Ja, lass den mal jagen Lebst du noch, Jens, oder? Ja Boris ist hier unten Da, wo die Leiche war, hat er mich von oben abgeknallt Ja, von oben Von oben Wo denn? Ich sehe den nicht Mal hin Boris ist auch verdächtig Weil er angeblich nix sieht Ich hab nur gesehen, dass du Treffer abbekommen hast Tötet Boris, los Ach, scheiße Der Dahn, der Dahn, der Dahn Oh, ich kann mal schießen Ui, das war's mit dem Dahn Okay Das war's mit dem Dahn Okay Oh, ich bin Kai Wer hat auf mich geschossen? Boris Ich bin Boris Ah, was bist du oben? Jens, lebst du noch? Ja Gut, was ist denn da passiert? Sehr gut Roboter zu Hey, bist du das gewesen? Ja Ja, ich bin rausgegangen, der hat mich direkt weggemacht Kai hat doch die Bretterfalle, also die Fässerfalle ausgelöst Nein, hab ich nicht Die kannst du oben einfach manuell auslösen Du warst oben auf dem Dach, aber ich hab dich gesehen Ja, du bist Junge, Alter Du hast mich auch getötet Du musst es gewesen sein, wenn du auf dem Dach warst Ja, der hat mich auch getötet dann, als ich ihm hinterhergelaufen bin Bin ich in seine Turtle rein dann Ja, genau Eindeutig, musst du es jetzt gewesen sein Weltklasse Eklig, hast du grad gerotzt, oder was, Junge? Junge, da kommt mir ein Ekelhaft, ey, geil Das ist ja eigentlich eine Ecke Was denn? Das ist ja eigentlich eine Ecke Ich hab gehört, dass jemand ist eine Schnecke So war ich ja eigentlich Oh, das ist ganz schön verdächtig hier Schnecke Jaja, du bist auch verdächtig Du stehst da rum und wachst auf mich Ich jak dich hoch Hi Oh, Team Oh, Team Da Alles gut Was war das? Was war das? Alles in Ordnung Der Dete Der Dete sagt, alles ist in Ordnung Der Dete Lass den mal machen, der ist bestimmt Sidekick mittlerweile Ich bin in irgendwen verliebt Oh yeah Die Frage sind wen? Ja, der Sollte mal jemand sagen, wer es ist Hier springen Fässer Ist das bekannt? Oh, Feuer von oben, Alter Wer war das denn, ey? Oh, sorry Wer ist denn mit Mit Koldi verliebt? Ja, wer ist das denn? Ich bin's nicht Wer hat denn auf einmal von 200 HP? Und jetzt? Ja, das ist Das Lagerfeuer ist ein bisschen größer als sonst Wir tanzen am Lagerfeuer Lila, Lagerfeuer Lila Das ist meine Party Ah, Kohl Okay Kohl, Kohl Kai, wo bist du? Kohl, Kohl Äh, unten Hier hat jemand ein Bällchen gesetzt Kai, hinter dir unten Als ob das Kohlion mopsen wären, Junge Da hinten Hinter dir, hinter dir Äh, Dahn, hinter dir Entweder ist es Dahn oder Hey, Koldus, was? Koldus, ich bin mit dir verheiratet Ja, wir müssen einen killen, beide sind tot Ja, wo ist der? Okay, Dahn ist tot Der war unten Koldus war unten Hat Dahn angeschossen Dann hat Dahn nicht gemacht Ja, wieso stirbst du jetzt? Jawoll Du Lappen Du Lappen Die beiden Richtigen Ich hab mein Bestes versucht, ja? Weltklasse Ich hab Dahn fast umgelegt Oh, tot Darin war ich aber nicht schuld Sarah war dann einfach besser Geil, ey Wie süß, dass er die Wahrheit sagt Wie wahrscheinlich ist das bitteschön, dass ihr meine Tee's verwendet Ja, äh, geil Ihr solltet euch halt nicht zusammen aufhalten Wahnsinn Wahnen wir nicht Ich hab voll lange gebraucht, bis ich den zweiten gefunden hab Ich hab das Gefühl, dass es bis nach dem Buckto gelaufen ist, bis irgendwas passiert ist Ja, hat ein bisschen gedauert, auf jeden Fall Ist hier grad echt jemand Oha Was ist denn da oben? Okay, oben wird abgeschossen, ne? Ja Aua Was war das? Wolltus hat da so ein paar Dinger Äh, Fässer festgestellt Jakob? 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 Zwei, bleib mal stehen Kai? Was? Kai? Ne, ich bin mein ganzes Leben schon mit dem verbunden Was war das? Oh, ist euch mal nach runterglaubt Gepiept! Zu schnell! Wo ist hier? Hier, wo ist wo? Treppenhaus Treppenhaus nach oben Oh, hier ist ne gleich Ah, da! Oh, sorry, sorry Boris, Boris, Boris an der Brücke Wo denn? Es gibt doch einfach Ah, Junge, Junge, Junge Aua! Kai? Wo bist du? Oh, oh, oh! Oh, oh! Uh, das war knapp Tan? Na, ich leb noch Lebst du noch? Nein, 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 nein! Schade Gutes Teamwork dann Gutes Teamwork Ich schiech so ganz gemütlich Fässer ab Kisten, aber werde schon hinterdrucks weggeholt Eieieieiei Ich hab richtig Hitze Eieieieiei Sittenreiß, nein Bobsi, das war geil, ne? Der war richtig asozial. Geil, bleib mal stehen. Sag, komm. Bin da stehen geblieben. Deswegen ist auch nichts mehr passiert. Ich habe mir halt einen Klick gegeben. Ich will mir die ganze Zeit schon hier so ein Malzbier holen, aber geht nicht. Hoffentlich das Gute. Das ist das Gute. Oettinger. Bin da, aber ich bin ganz kurz... Nee, das ist hier von... Gutes Malzbier? Ja, das von Oettinger. Das ist gut. Ja, ist voll geil. Vita-Malz schmeckt auch gut. Nee, ist zu süß. Oder hier von Feldschlösschen. Bitte was? Von was? Ich verzeih' dich nicht weg. Ich verzeih' dich nicht weg. Hier, hier. Schieb' ich die Gegend. Cool. Warte. Dann. Wer denkst du ist denn... Ich bin tot! Ciao, Leute! Aber ihr seid ja geflogen. Boris, 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 Boris. Ja, nicht! Ich darf daneben schießen, Boris. Okay, Kallos ist anscheinend inno, weil der verpenst. Den trifenden wir jetzt. Kallos, wo bist du? Oh-oh, scheiße. Arsch, oben auf dem Dach. Ah, fuck. Wer lebt denn jetzt noch? Du, Kallos, nicht rein. Also nur noch traden. Naja, ich bin auch eh noch. Und wer soll dann noch... Wer soll denn der Tee sein? Keine Ahnung. Ich hab jetzt eine Leiche gefunden. Gut, jetzt gibt's mindestens eine zweite. Jetzt bin ich da. Okay, Daman spielt jetzt auch mehr. Ja. Ist deine Chance. Wahnsinn. Deine Chance. Oh, ich bin getrunken. Ja. Das war eine Chance. Danke für die Info wenigstens. Dan, wo bist du? Im Haus. Sind wir alleine? Oder ist es... Ja. Nee, wir sind... Oh, man. Oh, man. Oh, krass. Es war jetzt sowieso nur noch Traitor gegen Fake. Es war so Alien vs. Predator. Asozial. Voll geil. Ciao, Junge. Das ist Flensburger Malz. Und ich wollte gerade wieder meine Lore versprühen. Aber nein. Immer werde ich getötet, wenn ich das machen will. Was versprühen? Ich hätte wieder die Loafgun, aber immer wenn ich die benutzen will, werde ich sofort getötet. Deswegen kaufe ich die jetzt. Au! Erstmal dick Schaden bekommen, Junge. Geschieht direkt. Come on. Achso. Ja. Komm mal unter die Brücke. Ich bin aber auf der Brücke. Ja, aber dann komm einfach unter die Brücke. Moment. Ey, Jakob. Oh, ja. Weg. Weg. Nein, ich nehm den nicht. Ich nehm den nicht. Ich nehm den nicht. Dann weg. Oh, Kranat! Ach, du meinst die Hängebrücke. Ich war übergestorben. Achso, ja, jetzt hab ich... Oh, jemand hat eine Eckebelle gelegt. Asozial. War das denn da? Boris. Das war Boris. Ich hab mir selber vor die Füße. Eigentlich wahr, ich hab damit nix zu tun. Alles klar, ich hab damit gar nix zu tun. Und? Ja, weil die mich verfolgt haben. Damo, die sind auf der Brücke drauf. Gib mir mal das Ding, bitte. Damo, hier ist ne Creditdose für dich. Ja, komm mal nenn zu, ja. Gib mir die. Unter der Brücke. Unter der Brücke. Aber da sind... Hilfe. Kai, Kai, Kai ist tot oben. Ich seh keine Dose. Ja, jetzt hat er jetzt... Oben, hier, hier, pass auf. Hier, hier, hier. Danke. Und unter der Brücke, guck mal, da ist, glaub ich, noch eine. Oder ne andere blaue. Ja, ich suche. Äh, boi, äh, ja. Uff, ey. Okay. Sorry. Sorry. Sorry, aua. Aber, boop, 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 boop. Bö, 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 bö. Äh. Oh. Coltus, warum hast du die Granaten nicht mitgenommen? Die da lag? Hat mich nicht getroffen. Weil ich schon Granaten habe. Weil dein Slot voll ist, ne? War ein T-Wachen. Ich hab Granaten. Was hatte ich nicht getroffen, Jens? Bananen. Da hat jemand Bananen auf uns. Echt? Ja, und hier oben im Haus ist ein erster Stock. Boah, was war das? Stirb doch! Wieso schießt du einfach Randall auf mich? Boah. Also, es ist ja da. Nee, weg. Sarah, lebst du noch? Ey, da. Bleib ich mal. Jens, laufen wir schneller. Wo ist er? Scheiß, Verräter! Sorry. Es tut mir leid. Ah. Ich brauche mal einen Win. Ja, toll. Das wird jetzt produktiv. Ich denke mal, sind wir alleine. Ich kann nicht so, wie ich will. Sonst würde ich in deine Richtung kommen, Mama. Ja gut, ich kann auch hier vielleicht. Du bist die kleine. Kleine blöde. Ich weiß, dass du bist. Schieß mal. Dann sind wir auch im Leben. Ah! Hab ich fast gehabt. Du bist aber erst vorbeigekommen. Keine Ahnung. Ich hab keins gesehen. Oh, ist zu nah. Einfach mal unnötig. Einfach mal unnötig. Den Darn schwer gemacht. Aber was ein Match am Ende. One on one on one. Dafür rächen dich die Innocenten jetzt für das nächste Mal. Ah ja, was soll ich machen? Damo, hat dir die Dose eigentlich noch was gebracht, das du da machst? Ja. Ich kann nochmal die Thomas-Lokomotive schicken. Thomas! Die kleine Marco-Lative, ne? So Fenster sind zum Durchgehen, da Türen nicht, ne? Ja, so mach ich das normalerweise, ja. Was haben deine Lehre in der Grundschule dazu gesagt? Den gibt's nicht mehr. Oh, 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 oh. Weil er das gesagt hat. Ja, ha, ha, ha. Hä? Was willst du damals? Nein, nicht du. Ich war der Lehrer, der nicht mehr existiert. Einbot auf deinem Kopf. Ja, so zählt. Was hast du gesagt? Einbot. Was, das geht hoch? Ja, ja. Oha. Ja. Oh, 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 Jakob. Jakob, oh, oh. Kai, ich will gleich umbringen, Kai, ja, Kai. Echt? Wo ist die denn gelandet? Nein. Nein, bin ich nicht. Ich kann dir was anderes bringen, wenn du willst. Ich werf dir was anderes hin. Nein, bin ich nicht. Mopsi, Nicole, wo bist du? Nein. Ja. Ich hab was für dich, das würde ich dir hinwerfen. Ah, oha. Ja. Okay, ein Schwergewalt. Bang, bang, bang. Kann ich nicht mehr nehmen, ich bin schon schnell. Ich bin schon ein schneller. Da rechts ist was passiert, aber... Oh, und da wird getrunken. Okay, das war Sarah wahrscheinlich. Si, Senor. Rechts ist was passiert. Aber irgendwas ist... Gib zu, gib zu, gib zu. Oha, wer war das, Mann? Gib zu. Gib zu. Nein, mach's auf, heißt das. Wer war das von euch? Was, hä? Da oben hat einer mit Brechtern geküchelt. Du hast mich gehauen damit. Nein, das war ich nicht. Doch. Nein, nein, nein. Also mit Blut ist Schlagen, ohne Blut ist Streicheln. Oha, was war das? So, Baseball. Ich hab dir zugeworfen, du hast es geschlagen. Ich hab dich weggeworfen. Hey. Oh, ach so. Ich hab einen Smiley gemacht. Au. Siehst du das? Ja. Er hat wirklich einen Smiley gemacht, er ist gut. Der Dabon ist Weihnachtsfall gewonnen. Der hat nix gesagt. Ah! Keine Melodie gehört. Boah, ich hab nix gehört. Muss eigentlich Kai sein, oder? Ist doch klar. Nur der Kai macht? Ich glaub ja. Ja, ich glaub Kai macht das immer. Da ist er ja. Die Beweise sind erschlagen. Ja. Ob sie geht der Sache mal hinterher, ist oben. Oben im Haus oder was? Wer ist oben? Wie, das ist Boris oben. Ja. Ich bin nur noch. Oha! Der war geil. Fie. Was ist das? Dauer noch mal. Ich muss dich ein bisschen drehen, aber dann... I want you. Bring euch alle um. Gade, gade, gade. Boris, ich geh davon aus, dass du einen Magnetus-Dig gerade in der Hand hattest, oder? Jo. Warum? Okay, es hätte auch mal mehr sein können von der Haltung. Ich glaube, Boris ist ein Traitor. Oh yeah. I'm a traitorino. Hui! Also, Kai, jetzt komm, mach doch mal, löst doch mal auf, bis du wusstest. Hä, meine Runden waren doch die ganze Zeit schnell. Also, ich bin's doch sehr wahrscheinlich dann. Könnt ihr mal Antons gleiche suchen? Wahrscheinlich ist es Boris. Hier steht ein Schneemann. War das Anton? Nein, das war... 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 Ich dachte, ich war's. Ja, du hast nämlich eben Antworten gebracht und dann hat irgendjemand dazwischen geredet und ich konnte's nicht hören. Ich hab Antons nicht umgekommen, ich schwör. Guck mal, ich hab dir meinen Stuhl gefunden. Nee. Siehst du? Jetzt mein Stuhl. Ja, geh weg mit deinem Stuhl. Boris zeigt dir so ein Kackhäufchen, ey. Was? Jetzt mein Stuhl. Also, es ist Kai, ja? Aua. Es war doch Kai, ja. Ich geb's ja zu. Ich bin Ruh. Böe, bei dir. Ich bin Ruh. Und ...